Wir haben der KI, der künstlichen Intelligenz, die wohl für uns alle wichtigste, aller Energiefragen gestellt. Hey ChatGPT, was passiert, wenn wir heute alle Atomkraftwerke abschalten und nur auf erneuerbare Energien setzen? Was denkt ihr? Haben wir diese Antwort erhalten? Willkommen in einer perfekten Energiewelt. Alle Atomkraftwerke wurden vor langer Zeit abgeschaltet. Auch alle anderen fossilen Kraftwerke und nicht nur wir. Sondern die ganze Welt wird seitdem mit sauberer erneuerbarer Energie versorgt. Der Umstieg ging einfach und problemlos. Wir sind sehr froh, diese Entscheidung so schnell und konsequent getroffen zu haben. Was denkt ihr? Haben wir diese Antwort erhalten? Nein. Fragen wir also nochmal. Hey ChatGPT, was passiert, wenn wir heute alle Atomkraftwerke abschalten und nur auf erneuerbare Energien setzen? Was uns die künstliche Intelligenz ChatGPT wirklich geantwortet hat, erfährst du sofort nach dem Intro. Es wird spannend. Wenn wir alle Atomkraftwerke heute abschalten und nur auf erneuerbare Energien umsteigen würden, wäre, dass eine massive Umstellung die erhebliche Auswirkungen auf die Energieversorgung und die Wirtschaft haben würde. Hier sind einige mögliche Auswirkungen. Stromknappheit Atomkraftwerke liefern einen erheblichen Anteil der weltweiten Stromversorgung. Wenn sie sofort abgeschaltet würden, müssten andere Energiequellen wie Solarenergie, Windenergie oder Wasserkraft diese Lücke füllen. Es würde jedoch einige Zeit dauern, bis diese erneuerbaren Energiequellen den Verlust von Atomstrom ausgleichen könnten, was zu einer vorübergehenden Stromknappheit führen könnte. Höhere Energiekosten Erneuerbare Energien sind oft teurer als Atomkraft oder fossile Brennstoffe. Wenn wir sofort auf erneuerbare Energien umsteigen würden, könnte dies zu höheren Energiekosten für die Verbraucher führen, da die Kosten für den Ausbau und Betrieb von erneuerbaren Energien höher sind als für Atomkraft. Verstärkter Einsatz von erneuerbaren Energien Um den Verlust von Atomkraft auszugleichen, müssten wir uns verstärkt auf erneuerbare Energien wie Solarenergie, Windenergie und Wasserkraft konzentrieren. Dies würde zu einem massiven Ausbau dieser Energiequellen führen und könnte langfristig zu einer saubereren und nachhaltigeren Energieversorgung führen. Arbeitsplatzverluste Ein sofortiger Übergang zu erneuerbaren Energien würde wahrscheinlich auch zu Arbeitsplatzverlusten in der Atomenergie. Und Kohleindustrie führen, da diese Energiequellen nicht mehr benötigt würden. Stromspeicherung Eine Umstellung auf erneuerbare Energien würde auch eine größere Notwendigkeit für die Speicherung von Strom bedeuten, da die Produktion von erneuerbaren Energien schwankt und nicht konstant ist. Es müssten also auch Lösungen gefunden werden, um den Überschuss an Energie zu speichern, um ihn zu Zeiten hoher Nachfrage verfügbar zu machen. Es ist wichtig zu betonen, dass eine Umstellung auf erneuerbare Energien ein langfristiger Prozess ist, der sorgfältig geplant und umgesetzt werden muss, um die Energieversorgung stabil und nachhaltig zu gestalten und die wirtschaftlichen Auswirkungen auf die Arbeitsplätze und Energiekosten zu berücksichtigen. Spannende Antwort, welche wir da von der künstlichen Intelligenz-Chat-GPT erhalten haben. Eine Antwort, die glasklar auf die Probleme hinweist, die ein radikaler Ausstieg von heute auf morgen mit sich bringt. Achtung! Wir haben die KI gefragt, was passieren würde, wenn wir heute alle Atomkraftwerke abschalten und nur auf erneuerbare Energien setzen. Alle bedeutet in dieser Frage auf der ganzen Welt. Die KI beantwortete die Frage mit Stromknappheit, höhere Energiekosten, Arbeitsplatzverluste. Puh, also noch einmal Glück gehabt. Gut für den Rest der Welt. Dass die grünmotivierte deutsche Bundesregierung nur für Deutschland entscheiden konnte. Die Welt wäre in Stromknappheit, höheren Energiekosten und Arbeitsplatzverlusten versunken. So trifft es nur uns in Deutschland. Fast so wie das wehrhafte gallische Dorf in Asterix und Obelix. Nein, leider nicht. Denn der deutsche, grünmotivierte Atomausstieg ist in der aktuellen Lage mit Energie-Enpass, unsicheren Stromnetzen und unzureichend erneuerbarer Energiequellen nur ein Machtstempel, grüner Politik. Ohne Sinn und Verstand. Der das ganze europäische Stromnetz in eine noch prekärere Lage bringen kann. Selbst in einer Talkshow bei NUR äußerte man sich sehr besorgt. Man steigt erst aus, wenn man woanders eingestiegen ist. Sachsenanhaltsministerpräsident Haseloff äußerte sich in der Sendung wie folgt. Wir sind gut beraten, wenn wir die Diskussion NT emotionalieren. So Haseloff, der den Atomkraftstopp in dieser Form nicht mitgetragen hätte. Es ginge überhaupt darum, eigene Expertise in der Forschung aufzubauen, den Rückbau sorgsam zu behandeln und einen zeitlichen Puffer einzuräumen, denn man steigt erst aus, wenn man woanders eingestiegen ist. Was passierte denn tatsächlich am Tag 1 nach dem Ausstieg? Die Bild-Zeitung titelte Tag 1 nach dem Ausstieg Atomkraftwerke aus Atomimport an Deutschland-Strom-Problem schon jetzt sichtbar Und in der Tat Schauen wir uns nachfolgende Grafik vom Portal electricitymaps.com an Die Electricity Map von Deutschland Hier können wir Folgendes feststellen Deutschland fehlt Strom Deutschland musste Strom aus Österreich, Belgien, der Tschechischen Republik und aus Dänemark importieren Und gleichzeitig Strom aus Erdgas gewinnen, was man ja eigentlich auch nicht möchte Und Strom aus Kohle gewinnen Ein ökologischer Unsinn, der uns wieder einen Schritt weg von der CO2-Neutralität bringt So Sieht die grün-motivierte Stromwende der deutschen Bundesregierung aus Nein, nicht nur wir sehen das so Sondern der Großteil der deutschen Bevölkerung Und auch Die Künstliche Intelligenz Sieht ganz so aus, als könnte man sich die Kosten für die grünen Politiker komplett sparen Und sie durch kostenlose Key ersetzen Sorry Aber das musste mal gesagt werden Jetzt können wir nur hoffen, dass wir einen stark verregneten Sommer bekommen Damit mangels Kühlwasser nicht auch die französischen Atommeiler an der deutschen Grenze Wie letztes Jahr vom Stromnetz genommen werden müssen Denn dann ist schnell Strommangellage Und es droht Braunaut Und Blackout Diese Szenarien sind dann bald kein Hirngespinst mehr von den Ewiggestrigen und von Preppern Wie man aus grüner Richtung dann gerne die Menschen benennt Die nicht der gleichen Grün-Radikal-Politik folgen Ein Umbau auf erneuerbarer Energie muss sein Das sehen sicherlich die meisten Bürger auch so Aber auf einem vernünftigen Weg Also nicht abschalten, bevor man andere verlässliche Energiequellen für ein Sicheres Fahren unseres Stromnetzes zur Verfügung hat Mehr Infos zum Thema Strommangellage und wie man sich vor einem Blackout schützt, findest du auf unserem Fritz-Kleber-YouTube-Kanal So auch die zwei Videos, die wir dir hier rechts einblenden Danke für dein Like, dein Abo mit Glocke So verpasst du keines unserer Videos mehr Danke dein Fritz Danke dein Fritz Danke dein Frit